Okay, da probiere ich gleich mal aus. Das wollte ich doch wissen. Kaufe ich mir gerade mal eine Stulle Brot. Natürlich wird ja wohl hier... Ufa. Eine Stulle Brot dürfte ja nun... 100 Gold. So. Ah. Das wollte ich wissen. So. Warte, hier geht auch noch mal im Gasthaus vorbei. Vielleicht gibt es da noch ein kleines Event. Ich meine... Die hat immerhin schon ein Orangenes Herz. Das nächste wird wahrscheinlich rot sein. Was ich ganz geil finde. Willkommen. Ich grüble zur Zeit viel. Das ist gut. Aber ich zerbreche viel Geschirr. Hi. Hallo. Oh, hier. Da, 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 da. Ja. Was machen wir jetzt? Das ist hier die Frage. Eine wohlberechtigte Frage. Hm. Im Herbst haben wir auf jeden Fall richtig gut Cash gemacht. Aber auch nur, weil wir hier gut angebaut haben. Ich meine, im Sommer haben wir genauso gut. Aber da mussten wir die Maiskolben weggeben. Ich glaube, wenn der Hammer Silber gewerden, äh, gewerden, ja. Gemacht werden kann, mache ich ihn direkt zum Silberhammer. Das würde sich halt anbieten. Ach komm. Ich knack's mir doch nicht so weg. Das war dann ein bisschen... Ach. Meine Nase. Mach ich den Stein da oben noch. Ein Hammer kann diesen... Außer er ist Level 3 oder höher. 3. Also Level 1 ist der Hammer jetzt. Und, warte mal. Wir haben jetzt 36.490. Wie viel kriegen wir mit dem Zeugs? 500. Das ist relativ spärlich, aber gut. Immerhin haben wir die Ausgaben von heutigem Tag wieder drin. Morgen soll es schneiden. Das ist schön zu sehen. Und wir legen uns erstmal hin. Vielleicht sollten wir auch gerade mal Holz hacken oder so. Sonnenschein. Ich meine, das ist ja jetzt eigentlich eh egal. Ob Sonnenschein oder nicht. Ist ja beides nicht so gerne von mir gesehen. Erstmal zum Pferd. So. Nächstes Jahr rocken wir die Bühne, mein Lieber. Wehe, du machst ja nicht den ersten Platz. Hatte ich eigentlich schon den Hund begrüßt? Ja, habe ich. Der bleibt auch über den Winter lieber drin. Viel zu kalt für den... Zu kalt. Sag ich euch. Zu kalt. Hallo, ihr lieben Hühner. Und du auch noch. So. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe gar nicht nachgedacht. Äh. Brain AFK einfach hier was drauf getan. Passt. 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 Nehmen wir das erstmal mit. Dann gehen wir direkt in die Mine. Denn... Aber wir gehen dann natürlich in die richtige hier. Das Schmuckgedöns brauchen wir noch nicht. Und ich wüsste nicht warum. So. Erstmal hier ein bisschen haken. Nein. So. So. Da oben hinstellen. So. ein bisschen auf die Seite hämmern. Ein bisschen auf die Seite hämmern. Ja, schmeiß ruhig Abfall da rein. Zack ist bestimmt so... Lust... Oder hat so viel Lust auf... Auf Abfall. Ab welcher Ebene kommt noch mal Mitril? Ich weiß es nicht. Hm. Sind wir auf jeden Fall Stufe... Drei? Boah, ja. Aber jetzt das Essen wir direkt. Nein. Hopp. Geld. Nochmal Geld. 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 Nein. Ja. Nummer vier. Nein. Wie weit runter müssen wir eigentlich gehen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich guck einfach mal. Obwohl Nummer fünf... Vielleicht geht das auch direkt... Oder skaliert direkt mit den... Ist zum Beispiel gar nicht so verkehrt. Warte, wir gehen einfach mal... Noch ein bisschen runter. Bin sicher, hier kann man noch einmal runter gehen. Oh Gott. Hm. Jetzt sind wir schon so weit unten... Und hier ist immer noch kein Mitril. Jetzt nehme ich einfach mal... Goldärzt wieder mit. Silber tue ich da rein. Silber tue ich da hinein. Ah Gott. Wir haben einfach kein Glück. Nur Silber. Kann doch nicht wahr sein. Gott. Lass mich runter. Noch ein... Noch eine Etage tiefer. Ich will Mitril. Oder... Das Blaue. Bitte jetzt mach mir nicht schlapp. Heps. Jawoll. Etage Nummer sieben. Ich hoffe ja inständig, dass ich hier was finde. Halleluja. Was hier oben hinschieben würde du willst, ey. Damit hätten wir schon mal unsere Gießkanne voll aufgebessert. Ja. Ich glaube ich muss hier noch eine runter. Das Problem ist, die Zeit vergeht hier auch gar nicht. Ich mach mich hier kaputt. Für nichts. Für nichts. Hep. Komm. Hier geht's doch bestimmt noch einmal runter. Dann werde ich da unten noch zwei Treiben kaputt machen und dann gehe ich hoch. oder so weiter runter. Ein bisschen geht noch. Der kann schon sagen, wann die schon wieder hier runterkommen. Muss ich ausnutzen. Weil die sind hier unten hoch. Die zwei mach ich noch und dann geh ich. Ja. Sauber. Zwei Mitril. Damit lässt sich arbeiten. So, Udele. Dann kann ich gleich direkt zum Schmied gehen und beispielsweise unsere Gießkanne aufzuwerten auf Fuhl. Auf Max-Skill. Richtig mein. So. Nein. Gottes Willen, mach dich nicht am Arsch. So. Buchse. Zwei. Das finde ich geil. Das finde ich sogar richtig geil. Nein. Rein damit. Nein. 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 Okay. Passt alles. Wann hat der Schmied auf? Ich glaube 10 oder 11 Uhr. Was kann ich denn alles auf blau aufwerten? Axt und Gießkanne soll es sein. Wäre natürlich genial. Aber erstmal die Gießkanne. Die hat es wirklich am nötigsten. Aufrüsten. Ja. Gießkanne. Wäckse. Ja. So. Zwei bis drei Tagen ist das Ding fertig. Dann gucke ich dann mal wieder dahin. Und dann kann ich direkt meine Axt dahin geben. Ist ja was. So. Hallo Eddyline. Stopp. Für mich vielen Dank. Jawollski. Jawoll. Mehr Gäste. Finde ich super. Ich hoffe mal im nächsten Zug wird es rot. Das wäre so geil. So geil. Das würde ich richtig feiern, Leute. Jetzt gehe ich noch ein bisschen in die heiße Quelle. Und dann. Hacke ich noch ein bisschen Holz. Ich weiß gar nicht wie viel dieser Hühnerstall kostet. Oh Mann. Das ist auch wirklich irgendwie ein Anzeigeback. Keine Ahnung. Eigentlich bin ich ja bekloppt. Mitten im Winter. Bei Schnee. In eine heiße Quelle reinzuspringen. Gut. An sich eigentlich nur den Tod. So. Ein bisschen genießen hier. Man will ja auch nicht hier nur dasselbe Bild sehen. Gigantische Riesenexplosion. Ich weiß gar nicht, wie viel Ausdauer haben wir noch. Boah. Oh Leute, wir haben glaube ich alles wieder regeneriert. Finde ich super. Noll. Wir haben echt alles wieder regeneriert. Egal. Wie viel Holz haben wir jetzt? Ich guck mal, ob ich noch ein Holzstück oder so finde. Dürfte ja wohl noch irgendwo gehen. Und vielleicht kostet der Ausbau ja nur 400 Holz. Und dann, äh, ja. Bauen wir mal unseren Hühnerstall aus. Weil das muss eigentlich sein. Versuch es, der findet. Und hoffentlich können wir es... Ah, ich glaube der hat aber jetzt zu. Mit Gott hat zu. Oder hast du zu? Schade. Hätt's ja klappen können. Aber egal. Warte, wie viel Geld haben wir? 32.000 nur noch. Ist wenig. Unser Vermögen schwindet dahin.